Ein wichtiger Schritt im Bereich der Hautpflege ist das Peeling oder auch Tiefenreinigung genannt. Unsere oberste Hautschicht, die Epidermis, ist unser Schutzpanzer und besteht aus Hautzellen, die sich jeden Tag abschuppen. Das heißt, es werden immer wieder neue Zellen gebildet und die oberen fallen von der Haut ab. Diesen Prozess nennt man Degeneration. Also viele Hautzellen liegen auf der Haut obendrauf und haben hier überhaupt keine Funktion mehr. Sie würden sowieso in ein paar Tagen abfallen. Das heißt, sie sind ein idealer Einnistungsplatz, zum Beispiel für Bakterien. Also stellen Sie sich Folgendes vor. Wenn wir Ihre Haut jetzt unter der Lupenleuchte anschauen würden, würde es so aussehen, wie dieser Stapel Blätter, der Kreuz und Wehr aufeinander legt. Hier können jetzt die Bakterien ideal sich unten drunter einnisten und die Haut sieht nicht so schön aus. Machen wir ein Peeling, sieht es auf Ihrer Haut so aus, wie wenn ich diesen Stapel Blätter sorgfältig aufeinander lege. Die Haut erscheint rosig und Bakterien haben keine Chance mehr, sich irgendwo einzunisten. Und genau dieser Schritt ist perfekt zu machen mit Forever Alois Crab, Artikel Nummer 238. Hier haben wir Jojoba Mikro-Kügelchen enthalten, die intensiv, aber gleichzeitig sehr schonend diese abgestorbenen Hautzellen von der Haut entfernen. Dadurch werden Unreinheiten vorgebeugt, die Durchblutung wird angeregt und die Spannkraft des Bindegewebes verbessert. Also die Haut sieht sofort rosiger, frischer und feiner aus. Und genau das gilt für die Gesichtshaut, sondern auch für das Körperpeeling ist Forever Scrub wunderbar zu verwenden. Genau, Ralf. Und zu diesen Vorteilen kommt noch hinzu, dass durch diesen Peeling-Schritt die Haut optimal auf nachfolgende Wirkstoffe vorbereitet wird. Also gerade vor einer Gesichtsmaske, zum Beispiel mit unserer Forever Marine Mask Nummer 234 oder dem Forever Bio-Lifting mit den Artikelnummern 45 und 52 ist es besonders empfehlenswert. Die Anwendung ist zudem sehr einfach und erfordert auch nicht viel Zeit. Einfach eine entsprechende Menge für das Gesicht, etwa so, das reicht aus, in die Handinnenflaschen geben, vercremen und auf der gereinigten und feuchten Haut einmassieren. Das bitte unbedingt beachten. Ein Peeling sollte immer auf der feuchten Haut gemacht werden. Also gerne ein bis zwei Minuten einmassieren. Falls die Haut dabei wieder zu trocken wird, kurz die Hände nochmal anfeuchten und dann mit ganz viel warmem Wasser abspülen. Wenn es wirklich mal ganz schnell gehen muss, dann können Sie auch den Reinigungs- und Peelingsschritt in einem kombinieren. Also Ihr gewünschtes Forever-Reinigungsprodukt in die Hand geben. Ich zeige das jetzt mal mit dem Beispiel Aluo Soap. Scrub habe ich hier schon auf meiner Hand. Ein bisschen Soap dazu. In den Handinnenflächen vermengen. Und auf der Gesichtshaut einmassieren. So zaubern Sie sich ein Waschpeeling. Intensiver ist es aber, wenn Sie die beiden Schritte einzeln machen. Für ein Körperpeeling ist es allerdings genial, wenn Sie sich die beiden Produkte mischen. Also Sie nehmen eine Soap, die nicht mehr ganz voll ist, drücken eine ganze Tube Scrub dazu, einen Schuss First mit der Artikelnummer 40 mit hinein, damit es etwas dünnflüssiger wird, durchschütteln und Sie haben ein perfektes Waschpeeling. Diese Mischung steht bei mir in jeder Dusche und ich verwende es täglich so. Im Gesicht empfehle ich einmal wöchentlich mit Forever Scrub zu peelen oder alternativ mit dem Tiefenreiniger Deep Cleansing Exfoliator Artikel Nr. 278 aus der Skincare Serie. Also, Sie sehen schon, wie wichtig dieser Pflegeschritt ist, um Ihre Haut perfekt zu unterstützen. Fassen wir die Vorurteile von Forever Scrub zusammen. Es ist der ideale Tiefenreiniger. Die enthaltene Aloe Vera und Vitamine schützen Ihre Haut vor Austrocknung in diesem Reinigungsschritt. Jojoba Mikrokügelchen entfernen sanft abgestorbene Hautzellen. Es reguliert die Talgdrüsenfunktion, macht die Haut noch aufnahmefähiger für die nachfolgende Pflege. Also eine wirklich intensive, aber gleichzeitig schonende Peeling Cream. Testen Sie selbst! Testen Sie selbst! Untertitelung des ZDF, 2020